hallo, hallo, hallo Hallo, 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 hallo und herzlich, herzlich willkommen, willkommen, willkommen zu einem neuen Video, 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 Video auf unserem Kanal, 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 Kanal. Freut mich auf jeden Fall, dass du heute wieder mit dabei bist. Und in dem heutigen Video habe ich mal ein Shoe-Tapping-Video für euch. Ich habe heute vier verschiedene. Also lehnt euch zurück, lehnt euch zurück, lehnt euch zurück und relax, 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 relax. Schaut unbedingt mal in der Infobox vorbei bei meinen sozialen Medien wie Instagram, Patreon oder auch Onlyfans. Ich bin dort sehr, sehr aktiv und wenn ihr euch auf Patreon einschreibt, seht ihr direkt über 250 neue Videos. Sehr cool, also würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr dort mal vorbeischaut und hit, 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 hit den Subscribe-Button nicht vergessen. Ich mache übrigens auch Custom-Videos, also falls ihr daran mal Interesse habt, an eurem eigenen Video, dann schreibt mir gerne eine E-Mail und ich verrate euch alle Details. Und ansonsten, na, let's start it. Ich beginne auch direkt mit meinem ersten Show, eine super, super süße Sommershow, nicht zu hoch. Und auch sehr, sehr bequem. Der ist von Allegra K. Hab ich von Amazon, also die Marke kenne ich jetzt nicht so direkt. Übrigens ist das Licht heute nicht ganz so gut. Ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen. Aber ich filme heute nur mit natürlichem Licht, denn es ist gerade mal 10 Uhr. Ich muss dann noch an die A bereiten und dachte ich mir, okay, jetzt habe ich aber noch ein, zwei Stunden Zeit. Übrigens, meine Lieben, ich habe demnächst bald Geburtstag, Geburtstag, Geburtstag. Und deshalb habe ich eine Amazon-Wunschliste erstellt, sag ich jetzt mal. Die ist auch in meiner Infobox verlinkt. Dort könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Vielleicht ist etwas für euch dabei, denn ich mache dann natürlich auch ein Video. Sozusagen ein Geburtstagsvideo, wo ich mich, also wo ich auch euren Namen erwähne, falls ihr das möchtet. Und die Sachen natürlich auspacke, also unboxe. Falls du da Lust drauf hast, schau unbedingt mal. Bei meiner Amazon-Wunschliste vorbei würde ich mich mega drüber freuen. Aber ist natürlich kein Muss, um Gottes Willen, nur wer die Möglichkeit dazu hat und auch Lust hat. Okay. Okay. , okay. Fuck. Das war's für heute. Okay. Das war's für heute. Vielen Dank. 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 Bye-bye. 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 ...